5.11. Only the strongest. Tyler Slate ist dabei. Wird auch langsam Zeit. Zwei Jahre bin ich in der AEW. Über zwei Jahre habe ich mir im Ring den Arsch aufgelassen. Die AEW hat mich nicht beachtet. Das Office wollte mir nie den Respekt entgegenbringen, den Tyler Slate verdient. Ich werde beweisen bei Only the Strongest, dass ich der wahre Champion bin. Wir sehen uns beim nächsten Mal.